Und wir schauen mal hier noch eine Runde rein. Los geht's. Na das ging schnell. 5 Euro. Und mal hier eine Runde. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Schon mal anfang. Los zeig uns so was vernünftiges hier. Nur aber los. Mal voll hier. Na so wird das nischt. Und die Nummer 20. Ui. Noch eine Runde. Da waren es schon 30. Schade. Ja. Schade. Die Lust scheint er nicht zu haben, ja. Und eins haben wir noch. Naja, so doll war das ja nicht für 30 Stück. Und wir gucken mal hier noch ein Röntgen rein. Machen wir mal noch paar Drehungen. Gucken. Den wollen wir haben. Den richtigen Mal. Ich kann hier ja auch ein Röntgen. Echt? Böcht? So wie immer ich weiß, ich zuck ja an ihm ja. Der hat ja mal ja kein Bock hier. 76, vielleicht wieder durch. 2, 160, stark. Es ist die Uhr voll. Ist das Warten? Sehr schön. Dann schauen wir mal hier rein. Los gehts. Gucken ob was um die Ecke kommt. Zehner. Weg ist er. Jawohl. Jawohl. Das ging fix. Spiel auf! . . . . Nun hat es ihm schon die Sprache verschlagen hier. Schwach. Da hat er wohl keine Lust mehr. Dann wechseln wir mal. Und ein Rüppchen Flornbohnen aus. Das würde ja mal gut aussehen. Auskommen. Drei Stück. Schweinerei. Oh, verflixt noch irgendwie. Und gleich nochmal ein Versuch. Oh, Pflaume. Muss doch nicht sein. Ja, da ist ja natürlich eine Verlängerung, ist klar. Ah. Tja, nur Folgejips holen ich, oder? Da ist eins. Jawoll! Besser ist! Nehmen wir was neu hin! String dich an! Und? Nö! Kommt Geld mehr! Dann bleibt es bei 2,40 €! Und hier gibt es noch ein Ründchen! 4 € Einsatz! Schauen wir mal, was er für uns hat! Schauen wir mal, wer er für uns hat! Und hier gibt es noch ein Ründchen! Okay! Oh! Soll ich ein paar mehr! Die 2! Die 2! 1! 3! Kleine Steigerung! Und das waren sie schon wieder! Oh! 3! 4! Jetzt noch mal was geben! Da kringelt er! Acht Eckchen, geil, das ist geil. Jawoll! Siebzen! Oh, er macht noch einen Hanzer. Schön, 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 schön. Da ist ja die Uhr voll. Sehr schön. 22 Action Games. Und da heißt es warten, Päuschen. Und hier haben wir zwölf Freispieler. Los geht's! Ja. 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 Und dabei dazu. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und eins haben wir noch. Naja, nächstes mal darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Nehmen wir mal mit. Und hier mal ein Ründchen doppelt. Oh, ist aber vernünftig jetzt. Was ist denn? Oh, ihr habt noch ein Ründchen. So. Wenigstens was. Da war es schon mal 30. Was ist denn? Oh, die werden auch wieder hier essen. Ah, kommt schon. Knoser Cook. Noch eine Verleihung. Ja, wohl. Wo ist denn mehr davon? Da war es 60. Eieieiei. Und jetzt geht unsere Uhr an. Schnellstart. Oh, ist auch ein grünes Flögelchen. Oh. 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 Schade, die Nummer mit einem anderen Symbol. Schade, die Nummer mit einem anderen Symbol. Los, eine volle Dieter noch. Das ist ein sehr schönes Ding. Zarte 20 Stück. Geil. Das ist ein schöner Weifang. Das ist ein sehr schönes Ding. Und eins haben wir noch. Wir nehmen die Kohlen her damit. Carsten Sturz 600 Öfen. Schöne Ding. Und hier war 10 Vollspiele. So, es kommt schon. Zeig uns, was dran stehen geht. Das haben wir uns anders vorgestellt. Und hier mal ein Ründchen. Vier Euro Einsatz. Los geht's. Schöne Ding. Schöne Ding. Ich habe eine Fette hier. Das war's. Das war's. Ah, fünf wären auch nett. Und Nummer 16. Oh, geht rein. Jawohl, und fünf. Sehr schön. Und das war's schon wieder. Oh, nein. 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 Ah, mehr wie drei. Ich bin sicher. Oh, nein. Und wir nehmen die 30. Na ja. Toll war das ja nicht. Oh, nein, ich bin sicher nicht. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Now.